recht herzlich willkommen zur 156 folge von city skylines ja wir wollen uns ein bisschen um den verkehr kümmern da müssen wir mal in die buslinien reingucken und gucken ob wir da überhaupt was machen müssen machen können hier sieht man was schönes blaues ja wir werden auch keine bushaltestellen bauen können oder sind kosten die kein geld die kosten wohl kein geld kann das sein und wenn er auch rot wie die da nahe okay das ist natürlich nicht schlecht dann müssen wir mal gucken was wir da so machen können hier gibt es eine blaue linie und die lila wer ist die lila das ding jetzt hier doch schon straßenbahn ist das na da gibt es noch eine grüne hier auch so die sind farblich unterschiedlich weil die anders gefärbt haben wahrscheinlich nach genau gut straßenbahn ist da muss fährt da hier ist überall abdeckung da fährt auch einer hier gibt es auch was da auch mit dem buslinien ist gar nicht so schlimm mehr das sieht alles ganz gut aus da fährt auch was lang hier auch es gibt wohl überall buslinien aber wo man ordentlich angepackt wir wollten nur nachgucken dann sozusagen selbst hinten ist einer gut hier ist es beschlossen das haben wir auch geschafft wunderbar ja dann brauchen wir da nicht verkehr reingucken hier können wir jetzt gerade gucken wie der strom darüber fließt was super ist dass es so läuft hier ist das netz geschlossen läuft hier geht leider nichts rüber da fehlt es dran gut okay außer technisch können auch nichts machen ist auch klar ja was können wir hier noch machen hier sind noch zwei lehrer da können wir mal gerade in den müll reingucken mülldeponieauslastung haben wir 43 prozent würde ich tendenziell gerade mal neigen machen wir aus beide hier achte ich schon aus die sind auch aus diese blinkt nicht aber ich glaube wir nochmal gerade rein kann auch aus die blinken wir sind noch zwei die nicht blinken die machen auch noch aus so die anderen sind alle ok das machen wir auch aus die blinken alle also gut das läuft ja müllverbrennung kann man hier zugange da können wir sogar einen wieder aktivieren wenn es sein muss die ist aber gerade noch hier so knapp drüber ne 44 leute kommen da unten passt also auch der strom floss hier lang haben wir auch festgestellt ja dann kann man das mit dem müll erstmal so lassen denke ich aber dann irgendwo noch was zu verschieben also das ist das müllanlage gebäude leert sich okay eine mülldeponie noch weiter ferner interessant ja ist so gut 53.447 hier sind es nur noch 30.000 das ist auch cool man müsste gucken wie die bedürfnisse insgesamt jetzt sind strom ist verfügbar ohne ende das ist die frage warum ist der strom da sind es windkraftwerke die den strom jetzt liefern nur 80 nur 80 so haben wir schon ausgemacht wir schon aus sonst fällt der strom dann runter lassen wir so wie es jetzt ist läuft auf jeden fall hier auch wasserleitung aber das dürfen wir glaube nicht ausmachen weil dann ist zu wenig irgendwo war dann jetzt die stelle mit dem ja ich glaube wenn wir hier eine ausmachen ist das zu wenig lassen wir also an haben wir gerade darüber gesprochen sieht alles gut aus bildung ist okay oberschule universität ist viel zu viel wo haben wir denn unis ist das eine uni jo 1440 haben wir nur noch zwei oder haben wir überhaupt zwei ne drei haben wir jetzt die frage wo man ausmacht ne aber ich glaube diese hier die machen wir aus weil die sollen nach da fahren oder nach da wohl diese vielleicht besser gewesen mehr auszumachen ne ja jetzt ist egal so rest passt die sind soweit zufrieden glaube gesundheitswesen ist top stötungen sind auch noch top ja hm krematorium was mit dem hier ja wollen wir mal beendet machen wir aus da ist noch ein zweiter haben wir schon aus passt schon ja ist ganz gut verteilt eigentlich hier könnte man noch einen von beiden ausmachen dann ne oh der geht auch noch auf jeden fall aus die sind die sind wieder nutzbar den auch machen ist dann der ich glaube dieser hier ne der kann auch weg hier ist auch einer zu viel in meinen augen sondern gucken wenn er geräumt ist wenn wir machen den weg oder den weg wir machen erstmal den weg dann haben wir da eine da ist einer die machen wir auch aus da ist einer hier ist einer ja das kann dann so bleiben gucken wir nochmal ins gesundheitswesen rein das ist reichlich ne was haben wir denn hier jetzt das ist eine sauna kosten die sauna 400 zack aus das ist eine luxusgeschichte sauna ne da auch aus das ist eine arzt box ist das auch das auch eine eine ist hier irgendwo zu viel ich glaube diese hier oder ist das eine sauna sogar ne ist das ein arzt ja dann bedeutet das der arzt muss mal aus von den beiden ist auch eine zu viel ich würde sagen dieser das krankenhaus das krankenhaus das krankenhaus das auch aus das auch aus machen wir die auch aus das die an das an das an das an hier ist auch was zu viel das war jetzt ein krankenhaus die die aus. Und die Sauna aus. Hier ist auch eine zu viel. Ich will mal hoffen, dass es jetzt hier passt, ne? Dass es nicht eine Sauna ist. Hellmondplatz, super. Das ist eine Arztpraxis. Und das auch. So. Die oder die? Hier ist auch einer zu viel. Zack. Aus. Das aus. Hier ist auch zu viel. Die Sauna wird ausgemacht. Ich gehe von der Arztpraxis aus. Genau. Und das hier oben. So. Eine. Ob das hier lohnt, ist die nächste Frage, ne? Aus. Äh. Was machen wir mit dem? Auch aus. Passt. Hier hatten wir schon, oder? Hier ist auch eine zu viel, wenigstens. Aus. Passt. Passt. Gut. Gesundheitswesen haben wir auch gerade abgefrühstückt. Jetzt haben wir hier marktfrei so oder was? Äh, Wohngebiete und so. Stufen. Okay. Verkehr ist jetzt auch nicht so wild. Verschmutzung haben wir. Ist auch klar. Tja. Müssen wir noch was nachgucken? Im Moment glaube ich nicht, oder? So. So. Wir kriegen noch Zugachs. 100 Leute. Da sind wir bei 34.000. Und die fordern Flächen. Die fordern Flächen. Gut. Machen wir hier noch was zu. Passt. So. Grün. Kriegen wir gerade. Das ist schon mal zu gemacht. Blau ist aber genauso verlangt, ne? Schönes Einkaufsviertel da, ne? So. Dann noch ein bisschen Industrie und so. Oder hier? Die gehen auch, ne? Ja. Gut. Passt da. Hier oben sind auch noch ein paar. Machen wir das auch noch dazu. Industrie. Können wir diese auch noch machen. Das bleibt. Gut. Wohnraum brauchen wir nicht schaffen. Haben wir. Hier gibt es noch ein bisschen Industriefläche. Zack. Haben wir. Passt. Dann machen wir das auch noch hin. Alles gut. Und schon wieder niedriger. Und Leute kommen. Gut. Haben wir das. Okay. Aber dann würde ich auch erst sagen. Soll es für die Folge wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Bis dann.